Das Regime zu bekämpfen war eine Sache, aber den Planeten zu zerstören? Hast du echt geglaubt, ich zieh das durch, Grot? Wirklich? Leck mich! Ist ne Weile her, Schwesterherz. Ich weiß, das klingt wie ne Ausrede, aber diesmal hab ich einen Weg gefunden, dir zu gedenken. Ich weiß, du denkst jetzt. Lenny hat uns verraten. Na und? Ich sorge dafür, dass das Regime und Brainiac nie wiederkommen. Sogar mit Flash hab ich mich versöhnt. Kannst du das glauben? Und die Härte ist... Er ist der beste Partner, den ich je hatte. Außer dir.